Auch relativ groß gewachsen mit 1,78 Meter im Vergleich der Fabian Hambüchen ist mal gerade 1,58 Meter oder vielleicht 1,59 Meter, wenn er jetzt etwas gewachsen ist nach den Spielen in Athen. Der erste Flieger von Sheltkoff, das ist der Kovac gewückt. Ein Detail. Anderthalbfache Drehung. Wirkt natürlich sehr elegant an diesem Gerät. Er hat einen kleinen Blick auf der Reckstange, aber er hat eigentlich nur unspektakuläre Flutkeile, wie Sie gerade sehen konnten. Jetzt noch der Abgang doppelt doppelt gestreckt.